Bei vorangegangenen Auftritten bei uns hast du immer gesagt, wenn ich so ein Album fertig habe, dann war ich immer eine ziemlich lange Zeit weg von der Öffentlichkeit. Und jedes Mal ist es wieder schwer reinzugehen. Wie ist es denn dieses Mal? Mein Puls möchtest du jetzt nicht fühlen, glaub mir. Ich bin total aufgeregt, es ist wirklich ungewohnt. Aber das Schöne ist, wenn ich hierher komme, komme ich auch immer ein bisschen nach Hause und von daher ist es so eine positive Aufgeregtheit. Ich habe Freunde im Publikum, du bist da, Tierpathologen haben wir auch. Wobei man wirklich einmal klarstellen muss, deine Zeit in Delmenhorst war nicht so lang wie deine Zeit in Bremen. Eigentlich bist du mehr Bremerin als Delmenhorsterin. In Bremen habe ich eigentlich noch nie gewohnt, da habe ich ab und zu geschlafen, wenn es ganz spät wurde. Aber Hamburg war länger als alles andere, oder? In Hamburg habe ich die ersten zehn Jahre gelebt, die ersten neun Jahre, dann nach Delmenhorst und dann bin ich mit 16 schon ausgezogen, ein bisschen weiter aufs Land, kannte man nicht Hasbergen, weiß nicht, ob man das kennt, kleines Dörfchen. Hier kennen die alles. Und dann bin ich nach Amerika gekommen und dann wieder nach Wildeshausen gezogen. Also mein Herz ist überall zu Hause. Du hast ja als Begleitung zu deinem neuen Album schon eine Reihe von Interviews gegeben. Eins habe ich mit ganz besonderem Interesse gelesen in einem Magazin, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, aus Hamburg. Und da hast du geträumt und bekannt, was du für eine unglaubliche Verehrung hattest für Michael Jackson. Schwieriges Thema momentan. Ja, aber du bist ihm nachgereist, das war dein absolutes Idol. Du standst auch mal mit ihm auf der Bühne im Vorhaben. Hier im Weserstadion. Im Weserstadion, genau. Er hat auch mal zu dir gesprochen, was hat er denn zu dir gesagt? Naja, ich habe natürlich erst zu ihm gesprochen. Und was habe ich natürlich gesagt? Du bist großartig. Ich liebe dich. I love you. Natürlich, I love you. Und was hat er gesagt? I love you too. Ich bestimmt ja. Exactly. I love you too. Das war ein großartiger. Großartiger Dialog. Ein ganz kurzer, aber den habe ich natürlich nie vergessen. Und hast du dir irgendwann mal vorgenommen, diesen Mann werde ich verehren und verteidigen bis ans Lebensende? Also bis an sein Lebensende habe ich ihn ja verteidigt. Jetzt mittlerweile ist es anders, muss ich sagen. Ich habe diese Dokumentation gesehen. Ich war wirklich erschüttert. Und ich war noch klein, als ich dieser Riesenfan war. Diese amerikanische, die jetzt vor kurzem dann auch in Deutschland war. Die Weg in Neverland. Und da muss ich sagen, es fällt mir echt jetzt schwer. Es kam neulich Man in the Mirror im Radio und ich fuhr nach Hause und habe das laut gemacht. Und ich habe echt gekämpft, weil ich so dachte, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hören soll. All meine Erinnerungen, die ich an diese Musik habe, an die Zeit, an ihn. Ich muss noch lernen, glaube ich, das jetzt zu trennen, das Werk vom Künstler und ob das überhaupt geht. Aber das ist ja eine Diskussion, die jetzt in vielen Bereichen geführt wird. Im Film, in der Kunst. Immer schon eigentlich. Aber im Moment wieder eine besonders heftige Welle. Ein Mann wie Woody Allen, der noch nie verurteilt wurde, der ist in Amerika von vier Verlagen mit seiner Biografie abgelehnt worden, Autobiografie. Und hat in Amerika ebenfalls auch noch keinen Verleiher gefunden für seinen neuen Film. Glaubst du, dass man das trennen muss, Werk und Künstler? Nein, wir tun das ja schon lange. Wagner war auch ein bekennender Antisemit. Also von daher. Wagner. Wir tun das ja schon lange. Also irgendwie, wir hören die Musik, wir gucken die Kunst an. Jetzt ist es für mich halt gerade persönlich ganz akut, weil es eben Michael Jackson ist. Ich kann nur sagen, mir selber fällt es schwer, das zu trennen nach den Bildern. Und das war sehr eindringlich, wie die Jungs das beschrieben haben. Heute Männer, heute selber Väter. Und das hat natürlich meine ganze Erinnerung an diese Zeit, in der er da parallel dieses Leben geführt hat. Habe ich ja parallel die Stadien dieser Welt besucht und bereist und davor geschlafen und ihn verehrt. Und er war mein Zufluchtsort. Er war meine heile Welt. Raus aus meinem Leben habe ich mich in meine Poster reingeträumt mit ihm. In meinem Traum. Habe ich sogar mal in der Küche mit ihm gesessen und er hat mir Abendbrot gemacht. Ist nicht wahr. Du konntest mir auch richtig vornehmen, ich träume heute Nacht von Michael Jackson. Ja, ich konnte das richtig steuern eine Zeit lang. Ich weiß nicht wie, aber als Kind... Auch eine Fortsetzung? Ja, extra manchmal sogar full ins Bett gegangen, weil ich dachte, ich gehe jetzt, ich treffe jetzt ein Bad. Und wie fanden das deine Eltern? Die haben das, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Die hatten damals andere Themen, andere Sorgen. Was hinkt denn bei Ihnen, Lars, im Jugendzimmer? Aha. Aha, okay. Nur die... Nee, aber ich habe auch gerade kurz gezögert, ob ich das jetzt sage, aber warum nicht? Also ich hatte auch meinen ersten feuchten Traum mit Madonna. Also das ist schon interessant, wie sehr man geprägt hat. Auch auf Bestellung oder war das zuverlässig? Nee, aber weil ich gerade gedacht habe, natürlich kann man das nicht trennen, die Persönlichkeiten des Werks. Also gerade bei Popmusik, weil das steht ja immer in einer unmittelbaren Verbindung. Also ich denke natürlich immer an die Person, wenn ich die Musik höre. Also natürlich projiziere ich mich auch selber rein, aber wenn ich Morten Harkitz singen höre, gehe ich davon aus, dass es seine Geschichte ist. Also das war so der erste Schock, den ich mal hatte, dass ich irgendwann gehört habe, die schreiben die Texte gar nicht selbst. Aha, weiß ich nicht, aber dass es nicht immer zwangsläufig so ist, dass der Sänger auch selber diese Texte schreibt. Aber also bei Michael Jackson geht es mir genauso wie Sarah Connor. Also verstört? Ja, weil ich ihn auch jahrelang verteidigt habe und weil ich auch das Gefühl hatte, es war eigentlich wie so eine Christusfigur. Und er ist dann letztendlich von denen verraten worden, die er am meisten geliebt hat, von den Kindern. Und kam dann trotzdem aus dem Gerichtssaal und hat gesagt, I love you all, also hat uns vergeben. Und irgendwie ist es jetzt nicht mehr schönzureden, habe ich das Gefühl. Es ist so, und in meinem Stammcafé läuft auch immer Michael Jackson und ich komme da immer rein. Man ist so heartbroken, man ist irgendwie so ein bisschen, ich finde man hat so, weiß ich nicht, als ob deine ganze Erinnerung dir plötzlich, also ob das alles falsch war. Also du wirst dich verraten so ein bisschen, finde ich. Ich würde natürlich natürlich wahnsinnig gerne noch wissen, Herr Weigel, ob man... Was bei Ihnen zu sagen. Bei Ihnen, ob man überhaupt was hinkt, außer der Madonna, der Richtigen. Ich traue mir es fast nicht zu sagen, aber es war Cina Lolo Brücci da. Sie werden es nicht glauben, vor 20 Jahren war in München ein Abendessen und sie sollte dabei sein. Und plötzlich beim Abendessen ist sie nicht dabei. Und da kommt ein Manager und ich sage, also jetzt habe ich sie ein Leben lang verehrt. Also das habe ich nur leise gesagt, damit es die Irene nicht gehört hat. Und jetzt ist sie nicht da. Und dann ging der hoch zu ihr und Sie werden es nicht glauben, eine halbe Stunde später war sie da. Und ich bin ihr dann begegnet und konnte mich mit ihr unterhalten. Was haben Sie gesagt? Bitte? Ich habe gesagt, dass ich sie immer verehrt habe und dass sie heute noch so schön sei wie vor 40 Jahren. Wie haben denn deine Kinder reagiert, als sie diesen Song zum ersten Mal gehört haben? Ich habe ihn geweint. Du hast es ihnen wo vorgespielt? Äh, oh Gott, ich muss mal kurz... Ja. Frag lieber irgendwie jemand anders irgendwas. Ich kann niemand anders so richtig fragen, weil ich glaube, alle haben hier mit den Tränen gekämpft. Okay. Also da müssen wir jetzt zusammen durch. Aber pass auf, dann sage ich was, was vielleicht ein bisschen heiterer klingt. Ich hatte ja schon... Oh Gott, ich habe ja Probe schon nicht geschafft heute. Das ist das erste Mal, dass ich so... Ich wollte gerade auf die Probe zurückkommen. Da war es ja, auch da haben mehrere wirklich die Fassung verloren. Aber was so erstaunlich ist, wenn du singst und wenn man die CD dann dagegen vergleicht, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Du triffst genau jeden Ton wie bei der Aufnahme. Daran musste ich denken, als wir vorhin über Madonna gesprochen haben. Aber jetzt habe ich doch dich zum Lachen gebracht, weil jetzt ein harter Übergang, aber ich dachte, ich baue dir eine Brücke. Das ist nett, ja. Also ich liebe Madonna, mindestens genauso doll wie Lars. Ich finde es auch total Quatsch, auf Madonna so raufzuhauen nach dieser ESC-Geschichte, weil ich finde, die waren auch nie bekannt für ihren Live-Gesang. Also man geht ja nicht zum Madonna-Konzert, um sie live singen zu hören, sondern um sie zu erleben als Person. So, ich glaube, ich habe mich wieder im Griff. Okay, dann frage ich auch keine Details mehr zu dem Song. Nee, nee, du kannst mich fragen. Ich habe meinen Kindern gehört im Auto. Wir hören immer im Auto Musik, wenn ich sie irgendwo hinbringe oder wenn wir von der Schule nach Hause fahren. Und der Song lief, weil ich das abnehmen musste, den Mix. Und als sie einstieg, habe ich ihn ganz schnell leise gedreht. Und dann waren sie darauf bestanden, den zu hören, weil sie immer alles hören wollen, um vorbereitet zu sein. Und wie alt sind die? Zwischen 15 und zwei. 15, 13 und sieben und zwei. Und wir haben dann alle eine Runde zusammen geweint. Ich habe gesagt, ich möchte den jetzt nicht spielen. Wir haben gerade so gute Stimmung. Und dann, doch bitte, mach ihn jetzt an. Und dann habe ich ihn angemacht. Und dann haben wir hinterher alle ganz ruhig so. Aber es ist ja halt so. Ist der 15-Jährige jetzt in so einem Alter, wo der besonders stolz ist auf seine Mutter? Oder wie fast alle, die Kinder in der Pubertät haben, die Mutter auch gelegentlich peinlich findet? Beides. Also auf der einen Seite macht es mich wirklich total glücklich zu sehen, dass sie auch das erste Mal, gerade meine Teenager, jetzt das erste Mal mitbekommen, erstens wie viel Arbeit da drin steckt in dem, was ich tue. Dass ich nicht immer nur ab und zu die mit auf Tour nehme und dann stehe ich auf der Bühne und alle jubeln, sondern dass da halt richtig Arbeit drin steckt. Dass sie das auch zu schätzen wissen. Er weiß jetzt auch die Geschichten zu schätzen und erkennt da auch, wo das herkommt. Und es gibt da natürlich auch Momente, die haben aber nichts mit Sarah Connor zu tun. Da bin ich eher ich in der Küche und mache irgendwas oder sage auf irgendwas, was die sagen, noch was Lustiges. Und das finden die dann total bescheuert. Die sind dann so die Augen verdreht und sagen so, ey, okay Mama, lass das bitte. Und ich so, du bist überhaupt nicht cool. Du bist wirklich, du bist meine Mama und ich liebe dich, aber du bist nicht cool. Und ich so, ey, es gibt total viele Leute, die finden mich richtig cool. Aber ich meine, der ist doch psychologisch wahnsinnig geschickt. Der sagt erst, ich liebe dich und ich finde dich großartig. Wahnsinn, oder? Ja, ja. Das ist noch brutaler dann. Höre ich eher nicht. Nee? Nee. Also in dieser Kombi nicht. Also entweder ganz peinlich oder ganz okay. Ah, okay. Du bist mit dem vor kurzem, hast du eine Schlittentour gemacht, Hundeschlittentour. Ja. War das eine pädagogisch wertvolle Maßnahme oder sollte das eine pädagogisch wertvolle Maßnahme sein? Es war vor allem eine intensive Erfahrung, so ohne Strom und Wasser bei minus 20 Grad draußen schlafen, auf dem Schlitten, den ganzen Tag mit deinem 15-Jahren. Also ich wollte es ja, dass wir das zusammen machen, weil im Prinzip stand er auf seinem Schlitten, so 500 Meter hinter mir, ich auf meinem. Und wir sind dann fünf Stunden lang in so einem Nordpolar-Outfit gefahren. Mit Creme im Gesicht, oder? Aber ganz toll, es war ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen. Wir sind mit dem Hendrik Stachnau, heißt der, das ist ein Extremsportler, der macht das in Norwegen, bietet er das an und da ist man wirklich so ohne alles. Das ist die wichtigste Frage, gibt es da Handyempfang, also für 15-Jährige, sehr wichtig. Es gab tatsächlich richtig guten Empfang, überall wo wir waren, das ist ja in Norwegen, also wahrscheinlich so ein bisschen so da, ist Vodafone nicht da irgendwie aus der Gegend? Bist du nicht mit ihm hingefahren, damit er war? Nokia früher. Nokia, genau. Naja, auf jeden Fall. Das war Finnland. Finnland, genau. Finnland war das. Wir hatten auf jeden Fall eine super Zeit da zusammen, ich musste mir was einfallen lassen, mit 15, der spielt am liebsten Fortnite und, ne, wie alle irgendwie, und kriegt immer Gefrierbrand, wenn ich die Treppe hochkomme, ja, ja, ich mach aus. Und ich musste ihn ja erstmal aus seiner Höhle rauslocken da und sagen, ey, hast du Bock, weil wir immer sowas machen zusammen und dann sagt er ja und wir sprechen heute noch drüber, wir haben echt für uns beide natürlich eine total tolle Zeit gehabt. Wir freuen uns auf deinen zweiten Song, der bald ein bisschen später kommt. Und ein bisschen lustiger ist. Absolut, verspreche ich. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und wir können uns das understand Lab Dong. Und dann ist es d Quickly. Und dann ist es irgendwie alles so rampant. Und dann ist es nur ein bisschen Vadim-F charakter. Vielen Dank. Das ist ja auch irgendwie... Das ist ein Punkt. Also, die겠습니다. Wir können uns also mal ein bisschen analyse surf Tamil, nicht. Und das sind die gleiche, um natürlich wichtig Sense gar nicht allein und ich gehe Impossible. tutaf. Vielen Dank.